Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir wäre kein Stein vom Herzen gefallen. Gestern ist endlich der Knoten bei mir persönlich geplatzt. Leider konnten wir gestern nicht gewinnen, obwohl gestern viel drin war. Wir haben leider die zehn Minuten nach der Pause verschlafen. Aber dann nochmal so zurückgekommen, das zeigt schon, welche Moral wir als Team haben und was für einen Charakter. Und ich denke, dass diese Leistung auch der Maßstab für die nächsten Wochen sein soll. Für die Zuschauer war es, glaube ich, ein gutes Erlebnis gestern. Letztendlich ist es jetzt egal, wo wir spielen, gegen wen wir spielen. Wir müssen jetzt einfach punkten. Und wir müssen einfach diese Leistung, die wir gestern gezeigt haben, von Woche zu Woche bestätigen. Und dann werden wir die Punkte einfallen für den Klassenhalt. Paderborn spielt dieses Jahr sehr, sehr guten Fußball. Sehr erfrischend, offensiv stark. Stehen auch zurecht da oben, verdient. Und ich glaube, dass Paderborn auch noch ein Wort mitsprechen wird, zumindest um den dritten Platz. Aber bitte erst nach Samstag. Paderborn ist das Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020